Gleichzeitig im Kollektiv zu antworten, wenn ich eine Frage stelle, gleich gehen Sie uns gut! Ja! Ja, ihr lacht mich doch am Ärmel. Schön, ist ganz schön heiß wieder, gell? So, die letzten Sommertage im September. Freund Daniel, ihr seid aufmerksam? Ja! Denn der Weg, auch eurer, der führt verständlich nach Jorden. Durch Nebel bängt ihr ihn durch, mitten hinein, ins Reich der Toten. Da, wo Königin Bullen hilge, einst regiert ihr, ihr Leid. Doch folgt uns nicht auf die Boote, ihr Narren, sonst werden wir gemeinsam sterben. Drei Heim! Skalpskiff! Narren!